Schatz, bist du bereit? Ja, wie sehe ich aus? Du siehst wunderschön aus. Los geht's! Christi, wir werden heiraten. Und das ist deine Hochzeitseinladung. Oh. Hi, wir brauchen ein Hochzeitskleid. Hmm. Das hier gefällt mir. Ich hänge es in der Umkleide auf. Danke. Bin gleich wieder da. Mit diesem Kleid stimmt das nicht. Oh nein. Ups. Holly, was ist passiert? Nimm das weg. Ich werde für den Schaden aufkommen. Das gibt's doch nicht. Holly, ich will, dass du und Dad glücklich werdet. Wir werden beste Freundinnen sein. Ähm. Damit hat sie wohl nicht gerechnet. Hi, Dad. Sieh dir das an. Oh. Knutschflecke. Holly, was soll das? Ah, ich verstehe. Sieh dir Christis Lippen an. Danke, Sherlock. Christi, was ist hier los? Äh. Bye. Sie ist so verwöhnt. Wie findest du's? Nein. Dieses Modell ist schon alt. Und das? Lass uns weiterschauen. Und dieses hier? Tolle Wahl. Ich hoffe, Holly gefällt das Geschenk. Sie wird mein Geschenk noch mehr lieben. Schneidet ausgedrückte Teile einer iPhone-Box aus. Befestigt sie an einer Box, die die gleiche Größe hat. Fügt an zwei Seiten, im Inneren, ein Gummiband hinzu. Und klebt ein Stück Pappe an. Verdreht die Bänder. Und gebt etwas Mehl hinein. Haltet die Pappe fest und schließt die Box. Was für ein blöder Joke. Was für ein blöder Joke. Hey. Hab ich nicht einen Kuss verdient? Du wirst einen bekommen. Mach auf. Hier. Da ist keine Kohlensäure drin. Ha. Wow. Eine kalte Dusche. Mir reicht's. Was hat sie denn? Hi. Ich bin zu Hause. Hi. Das ist für dich. Dad. Gehen wir ins Kino? Klar. Wir haben das ja geplant. Mein Test. Ups. Ich zeig ihn dir später. Christy. Was ist passiert? Zeig mir deinen Test. Dad. Das ist nicht nötig. Oh doch. Was? Christy. Du hast die schlechteste Note bekommen. Kinos gestrichen. Bleib zu Hause und lern lieber. Sie hat mich reingelegt. Ich will ins Kino gehen. Christy. Erst kommt die Schule. Dann der Spaß. Holly hat damit nichts zu tun. Teenager. Wenn ich nicht ins Kino gehe, geht niemand ins Kino. Kleb dein ausgedrücktes Haarspray-Etikett auf eine Kunstschneesprühflasche. Malt den Deckel an. Oh. Ich bin fast fertig. Ich benutze noch etwas Haarspray. Oh nein. Oh. Hallo Schneekönigin. Hier ist dein magisches Horn. Oh ja. Sehr witzig. Nimm das Ticket. Mädels. Tut mir leid. Aber ich gehe alleine ins Kino. Okay. Viel Spaß. Das wird dir noch bereuen. Du hast recht. Das wird ihm noch leid tun. Torte. Sahne. Okay. Mädels. Der Film war der Hammer. Schade, dass ihr nicht dabei wart. Freut mich, dass er dir gefallen hat. Wir haben in der Zwischenzeit eine Torte gebacken. Ihr seid aber lieb. Danke. Dad. Du musst vorsichtiger sein. Oh ja. Das Kissen ist so schwer. Bereite dich auf eine schöne Überraschung vor. Füllt einen Zip-Lock-Beutel mit Wasser. Ihr braucht vier Beutel. Versteckt sie in einem Kopfkissenbezug. Oh. Was für ein Tag. Was? Schatz. Dad ist hier mit einem Regenschirm. Dad, was soll das? Holly, du wirst diesen Chili-Lippenstift lieben. Und den behalte ich. Schmelzt roten Lippenstift in der Mikrowelle. Füßt Chili-Pulver hinzu. Und übertragt die Mischung in einen leeren Lippenstiftbehälter. Lass den aushärten. Ich muss noch meine Lippen schminken. Hm. Komisch. Es brennt. Und meine Lippen sind praller geworden. Hi, Schatz. Ich liebe diesen Lippenstift. Was ist mit meiner Wange los? Sie brennt. Bin gleich wieder da. Aha. Und ich werde ein Foto mit meinen prallen Lippen posten. Wie macht sie das? Christi, es ist an der Zeit für all deine Streiche zu bezahlen. Ich brauche meine Heißklebepistole. Ich werde ein Parfüm und die Lippenstifte festkleben. Teenager brauchen sowieso nicht viel Make-up. Mein Lippenstift. Hm. Was soll das? Der Lippenstift klebt fest. Ich werde... Ups. Immerhin ist er abgegangen. Was nehme ich? Ich weiß. Tyler, bring mir einen Kaffee mit Milch. Danke. Hier, extra heiß. Danke. Versuch das mal. Schneidet Kreise aus einem Tortenbohnen aus. Mixt Sahne und füllt ein Spritzbeute damit. Stellt eine Torte in einem Pappbecher her und bestreicht die Schichten mit Sahne. Schneidet den Becher auf und nehmt die Torte raus. Bestreicht alle Seiten mit Sahne. Rollt jetzt Fondant aus. Und schneidet die passende Form aus. Wickelt die Torte damit ein. Bringt auch ein Logo aus Zuckerpapier an. Füllt als nächstes den Deckel mit geschmolzener Schokolade. Legt die Schokolade auf den Becher, sobald sie ausgehärtet ist. Schatz, jetzt will ich Kuchen. Hm, das riecht aber gut. Es ist Kuchen. Danke. Du bist ein Magier. Äh, ja, sieht wohl so aus. Magier? Pseh. Mein Hochzeitskleid sieht umwerfend aus. Polly, ich brauche deine Hilfe in der Küche. Jetzt sofort. Aus dem Ofen kommt Rauch raus. Gib mir ein Handtuch oder einen Topflappen. Ja, so geht's. Puh, wir haben es geschafft. Das ist mein Kleid. Christi? Und noch ein bisschen. Träum süß. Trag leuchtende Gesichtsfarbe um die Augen einer Schlafmaske auf. Tränk den Stoff damit. Er schläft schon. Ich werde jetzt auch versuchen zu schlafen. Ich nehme meine Schlafmaske. Was ist los? Was ist los? Wer schreit denn da? Oh, Tyler? Hat er schlecht geträumt? Wie fandet ihr unser Video? Schreibt uns, welcher Streich euch am besten gefallen hat. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.